Ich dachte, ich kann mich jetzt hier irgendwo teleportieren. Ich habe jetzt Angst, nach vorne zu gehen. Ich komme ja hier. Ne, ich komme hier nicht weg. Also es muss dann da erst noch. Oder muss ich da hier rüber. Ne, komme ich nicht hin. Also muss es im nächsten Raum erstmal noch sein. Ihr habt mit unserem Meister zu schaffen von uns friedfertigen Dienern, habt ihr nichts zu befürchten. Okay, hier ist nichts. Er hat mir gedacht, dass wir jetzt irgendwo noch zum Händler gehen und uns Material holen. Oh, großer Fleischmaus erhört. Und meine Gebet. Der Fleischmaus erwacht über zahllose Welten. Wir fühlen uns geehrt, ihm so nah zu sein. Wir sind hier, um euer Recht auf eine Audienz bei unserem Meister zu hinterfragen. Ihr habt es euch bereits durch eure Ankunft verdient. Ihr seid auch ein Händler? Ich habe ein paar Sachen dabei. Braucht ihr was? Ja, ich brauche was. Guck mal, hier können wir ja noch alles mögliche kaufen. Da können wir doch... Das können wir doch gut gebrauchen. Warum habe ich den Null im Besitz? Ich hatte doch davon eben was. Oder? Ne, es hieß anders, aber es hatte gleich den Effekt. Lasagne zubereiten. Schmorgericht. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. So, ich kann davon aber gar nichts machen, weil ich nur so wenig Fleisch habe. Aber ich kann es ja auch einfach von ihm kaufen. Aber es ist... Achso, das sind nur Verbündeter. Ah, das sind nur Verbündeter. Frage ist, was bringt die Lasagne? So, verkaufen. Haben wir einiges. Okay. So, einfach mal... Speichern. Ihr könnt euch gerne im Raum zu meiner rechten Ausruhe. Der Teleporter links von mir bringt euch zurück zum Eingang, sobald ihr möchtet. Okay. Können wir jetzt einfach mal das Lasagne-Krieg kaufen. Ich habe ja auch gerade gespeichert, zur Not. Aber wir können keine Materialien zum Kochen kaufen. 180 Gruppen-Heilung. Ähm... Wie kann ich denn davon jetzt kaufen? Fünf. Ich glaube, 100 Lebenspunkte und 100 Mana-Punkte von einem Verbündeten. Das ist schon eine geile Sache. Ich mache das jetzt einfach. Ach, hier ist auch noch was. Fragenpaket gefunden. So, einmal ausrunden. Vielleicht gibt es hier noch was anderes, was wir uns erzählen. Vor allem groß im Finale. Äh... Nicht. Hier hat auch nichts Neues. Ich bin bereit. Okay. Hat auch nichts Neues. Und er ist eh nicht dabei. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr werdet unseren großen Anführer treffen. Ich beneide euch. Werden ihn auch vernichten. Okay. Meine Güte. Was muss eigentlich passieren, dass man sowas baut? Dass man das toll findet, sowas zu bauen? Also mit diesen ganzen biologischen Gedöns. Ich habe das Gefühl, das ist eine Endlostreppe. Aber ich kann ja nichts machen. Da hat sich was geändert. Ich habe schon gedacht, von wegen, du gehst immer selber. Du musst dann noch rauf und kommst halt nie oben an, wenn du nicht einmal nach unten gehst oder irgendwie sowas. Aber dem war ich es nicht so. Da ist er ja. Hat noch nicht die Biegel gemacht. Ihr habt es geschafft. Glückwunsch. Ihr wart hier wirklich ein ziemliches Ärgernis. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Bereit machen? Ich? Törig. Kämpfe gegen Krieger der Sonnenwende sind unter meiner Würde. Aber da ihr schon den weiten Weg zurückgelegt habt, halte ich mich an die Regeln. Die Zeit ist gekommen, das Schicksal eures Reiches und all dieser Welten zu bestimmen. Könnt ihr meinen stärksten Leutnant besiegen? Oder wird sie die Cyborgs beherrschen? Niemals. Deine Bosheit hat hier keinen Platz mehr. Ho, ziemlich überheblich, was? Dann erklären wir die Sache also. Ich rufe dich, teure Kämpferin. Vernichte die Einringlinge und behaupte deinen Thron als rechtmäßige Herrscherin dieser Welt. Komm, Elisandreile. Kämpfe gegen Igen selber gar nicht. Ich habe sie hier schon komplett vergessen. Dass sie ja auch noch da ist. Herz ein bisschen was für einen Alex Trasso aus WoW. Erlina. Was ist aus dir geworden? Wer wagt es, mich herauszufordern? Erkennst du uns nicht? Ich erkenne abscheuliche Krieger der Sonnenwände. Abschaum, der getilgt werden muss. Sie ist vollkommen verloren. Still, ihr werdet euch vor mir beugen. Passt auf. Ähm, ja. Machen wir da natürlich unser Ultimate. Telekinesiheap. Telekinesiheap. Wundschild. Guck mal, ich ruhe. Oh. Sonnenball. Okay. Okay. Ich will eigentlich ihren Mondschild noch aufheben. Also ich glaube, ich würde sie tatsächlich für das Mondschild zurückhalten. Ja, einfach weitermachen hier. Boom. Und ja, mach ich jetzt auch einfach nur mal einen Angriff. Weil ich hätte jetzt erstmal ein Mondschild machen können. Okay, haben wir noch. Skills, Mondschild. Da hatte ich echt eine Menge Damage halt einfach von der Gruppe. So, naja. Beispielsweise jetzt gegen die beiden einfach mal kein Damage. Ähm, ne. Tauschen. Gegen sie. Okay. Phasenklinge. Kombo ist bereit. Nicht Kombo. Ultimate. So. Hau drauf. Gut, das wird sie ja jetzt natürlich nicht, äh. Ach, ich hätte, ich hätte, ich hätte, ma. Ja. Die hatte dieses Mondschild. Ich habe die falsche Attacke genommen. Also schon klappen. Ja, die zwei Monde. Ich hätte wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so krass zugehauen. Das war jetzt dumm. Okay. Ja. Ähm. Ja, die Kombo muss ich noch nicht. nicht machen. Das kann ich mir auch sparen. Also hier mit alle zu heilen meine ich halt. Aber gleich kann ich, denke ich, mal das schon machen. Tausche ich sie durch oder ihn will ich mir aufheben zum heilen? Ja, sie kann eigentlich noch weitermachen. Hat ja genug Leben. Entschuldige gerade. Ah, das dauert noch ein bisschen bis die Ultimate fertig ist. Schild. Ne, ich mach die Kombo, ne, weil sonst verliere ich halt. Hoher Schaden an einem Einzelziel. Können wir natürlich mal jetzt riskieren. Ich kann mit Rishan auch noch heilen, aber ich riskiere nichts. Weil die Frage ist, ob die Ultimate dann schneller ist. Schnell aufgeladen meine ich. Ja, er hat noch nicht genug Mana. So, Mondschild. So, sie kann jetzt mit Phasenklinge angreifen. So, schön gesessen. Pyramide. Da ist es natürlich gut, dass ich jetzt hier wo er ein Schild hatte. Er kann jetzt mit dem Sonnenball angreifen. Und dann kann sie die Ultimate machen. So, aber natürlich aufladen. Ich frage mich jetzt echt, ob wir gegen die Flashmaster tatsächlich dann gar nicht kämpfen werden. Wir werden dann nicht so einen Kampf direkt danach haben, ne? Wahrscheinlich ist das so. Oh, der eine kämpft nicht gegen den anderen. Oder so. Gegen Spielregeln. Die wollen nicht von jetzt quasi den Oberbösewicht der Welt... Oh, nein! Schon zu Ende? Ich brauche mehr Macht. Ich brauche mehr! Okay, das war es anscheinend noch nicht. Hier will ich mich doch verarschen. Okay. Ich kann nur ein Ziel auswählen. Nicht zwei. Äh... Ja. Sie hat jetzt auch noch nicht genug Manna. Machen wir Sonnenball drauf. Alles für die... Ulti. Ja, noch nicht genug Manna fürs Schild. Aber in der nächsten Runde. Also, sie hat genug Manna für die Phasenklinge. Dann muss ich erstmal wieder Manna aufladen. Lebensabsaugung. Das klingt schon nicht gut. Okay, so viel hat sie sich damit jetzt auch nicht geheilt. Aha! Einmal geblockt. Hau drauf! Die ist auch gerade gegen Sonne empfindlich. Schon wieder Lebensabsaugung. Kombo ist wieder ready. So, was anderes. So, fügt allen Feinden. Das ist mehrere Mondlinge. Ich versuche es jetzt einfach mal. Gucken was dabei rauskommt. Auf jeden Fall ist die Ulti dann auch bereit. 274. Hat also auch gut Damage gemacht. Ultimate. Hau drauf! 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 Vielen Dank.